So, ich würde sagen, ich versuche jetzt mal gerade die Olli hier zu finden. Äh, Tara, na la la la. Die ist irgendwo hier bei Booney Burbs, ja. Schrei mich nicht so an. Yeah. Weißt du, wo die ist? Äh, die wird dir angezeigt, das ist ein NPC. Achso, ja. Das macht Sinn. Bye. Jihau. Na, da bin ich schon mal gespannt. Äh, morgen, morgen früh, die Diablo? Diablo, ja. Ja? Morgen früh. Ich gebe dir nachher nochmal die genaue Uhrzeit durch, aber ja, ich habe morgen so drei Stunden. Auf jeden Fall Zeit. Danke für dein Follow. Wo ist sie? Mpz. Ah, da, mpz. Yeah, das muss sie sein. Hello. Tarana. Got it. Gebt mir bei uns, Bish. Okay, thanks, bye. Shopping Tour. Und Schild dran. Jetzt brauche ich nur eine Waffe. Sprich mit einem Charakter. Hallo. Alien mit dem Bogen. Thanks. Ich habe noch keine Waffe. Oh, 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 nice. Oh, oh, nice, Herr. Danke. Äh, zu wenig Knochen gekauft. Goddamage. Ich muss noch mal zu der Ollen. Aha. Wo sind? Wo sind? Da oben. Kacke. Oh. Oh. Yeah, that's damn right. Das war nix. Hallo? What the shit? Glaubst du, ich treffe was? Oh man, wie schlecht. Komm, gib mir nochmal die Knochen. Thanks. Keine Rückgabe. Well, fuck. Hm. Herstellen. Woo. Direkt vor mir. Oh. Yeah. Methkit. Voll Bobmove von mir. Oh. Hast du noch, äh, äh, Slurps? Slurps? Nee. Alles inhalieren. Nam 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 nam. Schöner, was? Mami. Was denn? Fuck. Bob. Hi. No. What? Was gedacht, ne? Broken record. Komm, lad nach. Schneller. Ja, dann eben nicht. Yeah. Easy going und so, ne? Hm. 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 Joink. Ups. Hm. Ich bräuchte mal ein paar Grenades oder sowas. Ich hab Grenades. Ein Sexstück, oder was? Awesome. Ich muss mir höchsteln. Ich hab' eine kleine Munition. So klein. Ich hab' eine kleine Munition. Ach so, das geht gar nicht mit den Grenades. Stimmt. Ah, fuck it. Ich hab' eine kleine Munition. Kleine. Was, was? Was ist die? Ja. Danke. Okay. Jetzt alles haben. Tschüss. 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 Hm. Also, ja. Okay. Univerbs. Oi. Biasch. Okay. Wir schaffens nie in die Zone. Ne, never, never. Warte mal, waren hier nicht irgendwo Klü-Würmschen? Or me is stupid. Me is stupid. Of course me is stupid. Of course. Ne, jetzt mal ohne Scheiss. Ich könnte schwören, ich bin eben durch Klü-Würmschen gelaufen. Where are they? Tschüss. Ah. Naja, falls du welche findest. Hm. Ah, du bist schon wieder am Jaggen. Knuddelfisch. Knuddelfisch. Was kann der? Knuddeln. Ich glaube, der explodiert. Okay. Das klingt nicht sehr kuschelig. Alter. 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 Oh, jetzt habe ich gerade einen Bogen gespannt, man. Sucks to be you. Yes, it does. Indeed. One-hit-Opfer. One-hit-Opfer. Yes. Was für eine Art Opfer sind sie? One-hit. Instant. What kind of effort? What kind of effort? Is. There was no sound. Nothing. He just died. No, just died. Lol. Aha. Hui. Buck, buck, buggy buck. Wow. Das ist überhaupt nicht bewegt. Awesome. Lalalalama. Voll in die Fresse. Bang. Voll in die Fresse. Bang. Great. Guck mal, du kannst den Benzin-Königst auch benutzen, um einen Feuerbogen zu machen. Ja? Ja, musst du aufheben. Aber cool, understand. Ey, musst du den aufheben? Meinst du? Echt? Nee, nee, nee. Hammergeil. Yoink. Got'em. Okay. Ki. Kek. Ich schwimme mal. Das habe ich noch nicht erledigt, deswegen. Ja. Schön, Geister. Dieses Geister-Event war eigentlich ganz lustig, ey. Oh, don't die on me. Ja, der Zone. Der Zone. Oh, shit, 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 show. Fuck. Ich wollte mir doch gerade einen Schutzwall bauen, Mann. Da kommt er direkt da oben. Fuck him. No. Ey, Alter, kein Schuss getroffen. Faszinierend. Okay. Macht ja nix. It's a me. Kushlolkata. It's a me. It's a me. Der Olle. Was? Simsalagrim. Peter und Lustig. Peter und Lustig. Beste Nickname. Das findet nicht mal der Peter lustig. Nee, der Peter überhaupt nicht lustig. Das war lustig. Really? Verstehe ich nicht, erklär mal. Ich kann nicht. No can do. Warum nicht? So, Explosion Damage. Wildschweine zum Fliegen. Kopfschuss mit Bogen. Einer kriegst du hin. Jage ein Huhn. Einfach erschießen, oder wie? Ja. Nice. Was findet Tarana schon wieder? Wie ist die denn drauf? Warum? Ich hast du nicht mit der gesprochen. Da ist so eine Sprechblase gewesen. Ah, fuck it. Okay, dann nochmal. Yay. Hey. Was ist mit dem Predator los? Was ist mit dem Predator los? Ja, Robi. Hä? Ha, wir waren die ersten. Nice. Das ist so gut. Yeah. Fucking awesome. Grrrr. Gut, dann muss ich jetzt vielleicht doch mal mit der reden. Ich hab's nur auf die Knochen abgesehen, ne? Eben, irgendwie. Also, ich muss noch Äpfelol essen, glaube ich. Äpfelol ist gesund. Äpfelol. Ich hab gehört, die Kacke ist gesund. Hm. Ich hab's nicht sicher. Könnte sein. Ja. Geh runter. Geh die fuck runter. Geh runter, der. So, wo ist die Olle? Ich nepfel. Danke für dein Like. Upsi. Was zum Arsch. Schiprechblase. Wo? Wat? The Spire. Hä? Ja. Ah, okay. Fartfahn. Ah. Okay. So, wer will in's Maul? Muss ich den Auftrag jetzt etwa auch noch abschließen? Kannst auch nicht sagen. No, can do. What the hell? Zum Arsch. Fuck you. Bobby. Bought you the bot in the house? Nooool. Ah. Fish. Oh hey It's better I take that Yeah Oh Ah toll Dead Ah Not dead Jihau Ah Feili So Irgendwo Muss doch hier noch Eine Kiste gewesen sein Ah, die hast du schon weg inhaliert Ich seh schon Mhm Mhm Gibt gar nichts Ja Musst noch 6 6 Kisten öffnen Öffnen Das ist verboten Meister Ja Wie not sure Fuck Where Fuck 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 Where are them chests at Echt jetzt Wie die sind da unten Ah, hallo Kiste Mh 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 Alright, alright, alright Volle Gold und Holz Gollololz Hollololz 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 Yes Mitte drinnen So Ist die Nein Ich sag Immer noch keine Kiste Ah, was der fuck Ist ja gar nichts Great Das ist voll gelohnt Was für ne komische Uhr eigentlich Nein Ah Au Äpfel Keine Äpfel Aber ich nomm's Ah, wait a minute Nomm Okay He dead Ha Ob he dead ist Der NPC stand mir weg So Okay Na gut Abgeknallt Ah, ich seh schon grad Sie ist tot, ja Ähm Das ist der Geist Uh Ich seh Geister Ist der Geister Sie ist auch Geister Das ist das Kiste Kiste Die ist schon offen, oder? Ne, ist er nicht Ha 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 Kiste 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 Irgendwer schießt doch da Wow Na, dead, ne? Ja Was für ne Botparty hier Ich weiß nicht Cool Schon ein bisschen geil Bananas Wow, wow, wow Ah Pfff Höh Voll de Muskelkater Move hier Mioink Na komm Rinde mit Ins Maul Komm mal Äpfel Oh yeah Die nahm ich mir doch gleich mal rein Upsi Hallo Äpfelol Oh what Wo ist die denn her? Die lagen da rum Einfach so Ja Mio 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 Ja man Auf jeden Wie awesome Siss Hier geht's richtig ab Nicht Oh hey Was ist das denn? Artefakt Sammler Artefakte Für Tarana Key Das war ein Jonesy Artefakt Ich glaub da hinten Ist noch eins Gegners Was zum Arsch? Versuch's nochmal. 4, 9. Dead. Okay. Wo gehen? Das ist eine Zeit, wo gehen? Na gut. Macht er ja nix. What the fuck? Yeah, gib ihm. Ich hab 4 Äpfel, aber kann keinen essen. Ich muss erstmal ihn ins Maul kriegen sonst. Super, aber da wir uns keinen Millimeter aus der Zone raus bewegen, ist natürlich awesome. Ah, Kischte. Ob der Revolver? Öpig. Jihau. Braucht Granat ihn. Äh, kann ich dir leider nischt mit denen gerade. Oh. No can do. Ey, willst du ein paar Granaten kaufen? Äh, brauchst du ein paar Bärme? Peng von in die Fresse. Limon, ich hab welche gefunden. Awesome. Musst du nur beschweren, da klappt es. Ja. Open. Aha. Miau, level up. Was? Ey, ich brauch keine Kisteen mehr, aber danke. I'll open that. Open. Ja, lol. Lola. 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 Limao. Wie es hier nicht abgeht, ne? Ist un-fucking-beliebe gewesen. Jo, lange nicht g'sehen, Jan. Ist echt so. Hui. Seriously? Seriously? Wir haben uns ja. Seriously? Wir haben sich einmal von Boney Burbs gerade wegbewegt, ne? Nee, kannst nur noch die Artefakte suchen. Ich glaub, bei dem Turm irgendwo ist noch ein, ne? Okay. Bei irgendeinem Turm. Hier ist irgendwo ein Turm. Ja, dieser, genau. Da war ich schon dreimal, aber gesehen hab ich nur nischt. Boney Burby Burb. Burby Burb. Ah. Unten drunter, Tatsache. Okay. Was soll ne Jonesy-Fresse? Einer fehlt mir noch. Ja. Die liegen meistens auf dem Boden, ich weiß aber nicht wo. Also im Turm selbst ist nix? Nein, nein. Die liegen nicht in, äh, auf, oder auf Gebäude, weil die kannst du ja zerstören, dann ist ja doof. That's true. Deswegen sind die auf dem Boden. Ah. Restart, boost. Über mir. Oh, fuck him. Fuck him. Fuck him. Wo ist er? Tod. Echt? Okay, cool. Hätten wir noch ein bisschen mehr Konditionen abnehmen können, der Sack. So, wo ist die Scheiße? Wieso kann man eigentlich nicht mehr als 31 Pfeile tragen? Weiß ich nicht. That's sad. Sad. Ich hab dir dann schon drangem geworfen. I see. I see. Dicks. Welche Schüsse? Sind etwa Gegner? Nein. Ich glaub, das ist ein Gegner. Nein. Nein, okay. No can be. Das nutzt ich doch gleich mal. I'm sure it's a schrotflint. Eee. Eee. Ah, ist da was? Hm. What is it? Hm, great. Gegner. Ist da eigentlich irgendwas herstellen mit dem Scheißding? Nein. Fuck. Wow. Was? Auf was zum Arsch kannst du? Nix. Ich hab hier einen Typen, der gedownt wird, getüchelt. Okay, okay. Ich geh jetzt gucken, was er dabei hat. Ich brauche ein Artefakt. Orkt. Stimmt hier irgendwo. Tarana. 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 Was sieht denn gut aus? Meinst du? Hm? Tarana. Äh. Klappt? Ja. Ja. Okay. Hier muss doch irgendwo noch so eine Jonesy-Fresse rumliegen. Warum haben die alle so viel Zeug dabei, Alter? Weil die die ganze Karte abfahren und uns das Zeug bringen. Finde ich das gar nicht mal so schlimm. Ja. Episches Uhrzeitgewehr. Ein Mavkit, was ich so direkt benutzen kann. Also, die haben hier wirklich alles dabei. Oh, du hast Stress. Ja, nee. Kann ich wenigstens mal die Äpfel essen. Hast du den down? Nö. Aber ich muss Äpfel essen. No. Oh. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Yo. Alles klar. Fuck it. Bam! Toad. Ja, kannst du mich hier direkt respeln, sobald die tot sind. Bonds. Baby Yoda wird mir voll auf den Sack gehen. Ist ja voll im Bild. Kleine Penis. Miau. Die Äpfel habe ich durchgenudelt. Kannst du essen. Durchgenudelt. Ich glaube, die sind jetzt einfach wieder gegangen. Kann das sein? Sie haben sich verpisst. Naja. Süchter. Ah, sie. Portakal. Und außerhalb der Zone gespawnt. Awesome. Toll. Ich habe nichts mehr. Alles gone. Okay. That smells. Gut. Ah, super. Gedaunt. Ja, ich habe mich an ihm gerecht. Awesome. Kannst du looten. I'll take everything. Dead. 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 Yeah. Oh, dead. I'll take two. Moink. Dead. Und... Nom, 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 nom. Ist das denn? Jägermantlol. Okay. Ist das Uhrzeit Flammbogen? Ist ja noch besser. Okay. Nom. Kom, alles inhaliert. Fett. Alles klar. Du brauchst nur noch Shield. Ja. Mhm, mhm. Für Fortnite. Lass uns zum Intrug da gehen, dann können wir uns beide voll machen. Yeah. Gut Idee. Booney Burbs. Yes. Way better it is. Hm, kriegst du. Zone. Ja, die bewegt sich ja gerade nicht. Nein. Aber gleich. 8 Sekunden. Ich komme ja schon. Wie geht? Das ist ein Huhn. Glaube ich. Ah, ne, ist ein Frosch. Kill it. Ich schaue mir da gerade noch das... Math Kit. Frosch, oder? Frosch Kit. Yoi. Okay. Got it. Ich habe ran gesneakt. Ich habe... Ich habe... Gut gut. Er schnauzt wie ein Flammeboge-Party. Achso, okay Na Ah, super Es leben nur noch zwei andere Nimm mal lang Aber ich sehe einen Scheiß Was? Hey, super Na toll Great Es kann nicht mehr viel sein Also irgendwie Da sind sie Ups Nice Ups Nein, wrong emote No Sehr, sehr cool, okay Alles klar Danke dem Busfahrer Gewonnen haben Weil wir uns als erstes Einmal den Busfahrer bedankt haben Das stimmt Nur deswegen Nur deswegen Das macht Sinn Ja Oh, der Muskelkader ist voll am ausrasten Irgendwie sind wir in der Season Jetzt am Anfang aber voll abgekackt Aber jetzt geht's voll klar Oh, der Muskelkader ist voll Oh, der Muskelkader hat geil Du bist geplatzt Oh, meine Nose So, bim Dead Alexa, what the fuck is going on? Alexa Alexa Stopp Hast du gehört, was du gesagt hast? Ich wollte gerade Techno anmachen Oh, Scheiß Hier ist what the fuck is going on auf Amazon Music Ups, ups, ups Okay Ja, ist schön, dass das Ding hier neben dran steht Kann man echt böse Sachen mitmachen Alexa, Penis Alexa, Penis Okay, Error Alexa, wer war das? Deine Mauer Deine Mauer Wer war der Kerl? Hey, Level 38 Awesome Lolloll läuft Gleich Level 60 Mau Ja, gut Not me Schockwellengranate Kopfschuss mit Bogen Jager, ein Huhn Kann ja wohl nicht so schwer sein Doch nun zu finden ist heutzutage sehr schwer Ja, oh Gott, ich muss immer noch Artefakte für Taranana sammeln Das hätten wir bei Boni machen müssen, ne? Ja Die ist eingerichtet, aber sie steuert noch nicht die ganzen Geräte hier drin Das habe ich noch nicht fertig gemacht Aber Sie ist da, sie ist eigentlich nur wegen der Türklingel da, habe ich ja gesagt Die Türklingel selbst ist ja noch nicht da Sie existiert einfach nur so vor sich hin Auch für die Überwachungskameras Aber zuerst muss ich mal die ganzen Geräte hier einstellen Dass sie die starten und beenden kann Greenscreen und so Genau Und ja, Soundpad kriegt sie auch Und dann Und dann Legolas Legolas! Ja What? Legolas, what the fuck? Oh shit, wir sind Gegner Ah, ich habe keine Waffe Fuck it Bye Jetzt habe ich eine Waffe Okay, komm her Pisch Ah Yeah Downed, Golden Flame Pisch Komm her L Ah Loll Mist Okay Yeah Yeah Ah John, wie gesagt Ich soll Munitionskisten durchs Wuchen Mach das mal, wenn so ein Fick das sagt Don't fick Freue mich auch drauf, wenn alles funktioniert Und danke für deinen Like Gegner, 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 Gegner Gegner, 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 wo? Draußen oder drin? Draußen Okay, bye Shit, du im Gewehr Okay, thanks, bye Pisch Ich muss jetzt auch mit dir reden, oder was? Ups, ich habe in die Fresse geschossen Nein, bye Leave me the fuck alone, bitch Oh no No, 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 no Ich bin Alan fucking Ripley Lass mich denn ruhig Ich hasse es nicht Der NPC hat mich gekillert Nie so dead Saugst du die gerade ein? Oder auch nicht Ich habe noch keine Reifen gewechselt Nee Ich warte noch bis nächste Woche Weil es wird ja nochmal Color loud Thanks for rezzing my butt Genau Tank Ups Yeah Mitten drin In die Phrasen Äh Ups Ah gut Okay Okay Öffne Munition und Kisten John Fick 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 Warte bevor du den Großen trinkst Hier ist noch ein Kleiner Ein Kleiner Das war echt knapp gerade Na Jetzt kann ich nicht mehr aufheben The Fuggety Bug Alter Hallo Jetzt aber Ich kann ihn nicht mehr aufheben Was ist denn das für eine Kacke? Ah jetzt geht's Okay Interesting Grenades Boom Explosions Das sind mir beinahe butt weggesprengt Explosions Butt explosion Das sagt er richtig Diese Herren LOL 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 Ah look at that shit Oh Ich sehe mich schon wieder fliegen Ah sie fliegen Können wir über der Kabel Space Program spielen Sie sie fliegen Juu Und danke für dein Like Warte warte John Fick sagt Wie soll das hier öffnen? Okay Jetzt Los Go go Hello Ich rede doch ganz normales Deutsch Bam Gib ihn Tschüss Piece of shit Nee Gedaunt Einfach liege gelassen Oh Hat's dich Oh ne What Okay Cool Danke dem Busfahrer Okay Das sagt ja der Richtige Deine Mutter Würde ich sagen Mega kloppt Erstmal anal Erstmal anal Bisschen schiffen Bisschen schiffen Das war voll für den Arsch Was wir hier gerade gemacht haben Ne Äh nein Das ist nun von Rittes Schritt 1 Unterhosen sammeln Schritt 2 Unterhosen sammeln Schritt 3 Profit Yeah Profit 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 My Head Out Na dann Das habe ich damit gerade gar nicht gemeint Ameisen 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 Gammler Das ist nicht cool Das ist sick Sammle Artefakte Ja Boni ist schon wieder viel zu nah Was macht Alan Da ist ja ein Smiley hinten drauf What Das habe ich gar nicht gesehen Wie cool Ah die epische logische Bewegung Das sieht lustig aus Wenn ich das so heftig mache Dann hört das Emo sofort auf Keine Ahnung Wie du das gemacht hast Manuel Hallo Ich bin krass Ja irgendwie Noise Leertaste E um zu springen Okay So Busfahrer bedanke Ah schon Okay Das passiert schon aus Reflex Ich vergesse das schon immer voll Danke für dein Like Jan Juhu It's a me I'm still landing War ja klar Dass hier noch 5 Millionen Andere landen Die mögen uns halt Das ist schön Klar Raiden kann man nämlich auch abstellen Ich habe es aber aktiviert Ja Im Übrigen Also es standardmäßig ist es aktiv Papa öffnen Ah du bist da Guck Wo ist er Ich Bam Weggeschmissen Spärmüll Yes What You don't have Aber Raiden ist eigentlich aktiviert Du kannst nicht raiden Wenn du keine Viewer hast Aktuell Das solltet ihr schon bewusst sein Wie das funktioniert Wahrscheinlich Eigentlich geht es deswegen nicht Um Psst Wo bist du Bist du Hinten Ne die Kiste Ich rede mir der Kiste Stupid He's of chest Was geht bei dir? Nix Du erlebe mich mit dem NPC Achso Okay Weil die Kugeln kommen bei mir an Irgendwie Okay Ja okay Den hat es zerlegt Sie hätte nämlich ein schönes Sturmgewehr Weißt du das wollte ich haben Shade wurde besiegt Weißt du ob du das haben wolltest Bestimmt nicht Doch doch Wollte ich haben Habe ich auch gut Sicher Ja 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 okay Ganz ehrlich Ganz ehrlich Würde ich nie anlügen Ja Ich glaube dir Ja wirklich John Wick jetzt zufrieden Yeah level up Er ist zufrieden John Wiggity Wigg John Wiggity Wigg Wiggity Wigg Wiggity Wigg Wiggity Wigg Star Wars Ja echt In der richtigen Reihenfolge Ja wohl hoffentlich Ja 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 Bin jetzt bei Thor Geht voll Äh bei Thor Doch schon Ja gut okay Das braucht Zeit Wir sind schon ein Ticken weiter Was zum Arsch Warum schießt der denn auf mich Dem gar nicht gemacht Ich habe gestern angefangen Mit Captain Nee doch Captain America Captain America Captain Marvel Und dann Iron Man Und dann Iron Man 2 Und jetzt Thor Nicht Captain Maus Nee Captain Marvel Ja genau Iron Man Thor Du hast Hulk vergessen Aber der ist nicht drin Hulk ist nicht in Disney Ich weiß Der ist aber auf Amazon Oder auf Netflix Glaube ich Der gehört nämlich dazwischen Hulk Von den Fans Nicht dazu gezählt wird Ja Er gehört aber zum MCU Tatsächlich Also der zweite Hulk Dammit Mit Fresser auf dem Bordstein Wie heißt der Schauspiel Du weißt wen ich meine Ja Bestimmt Edward Norton Dem meine ich Ja Das ist der Hulk Der gehört dazu Und der hat tatsächlich Da ist zum Schluss Das Iron Man zu sehen In der Post Credit Scene Der kommt quasi nach Iron Man Yes 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 Also Tony Strack ist zu sehen Mit Iron Man Tony Strack Tony Strack Tony Strack Ich glaube wir sind jetzt bei Wir sind Ich glaube das letzte was wir geguckt haben War Iron Man 3 Also wir haben schon Zirka die Hälfte Ja da bin ich auch gleich Bei Nee Nee da sind noch andere Filme dazwischen Obwohl nee Ich glaube nach Nach Thor kommt Nach Thor 2 Avengers Und dann kommt doch schon Iron Man 3 Stimmt Der ist nach Avengers Auf jeden Fall Ja Ich habe hier eine Liste Auf dem Handy Ich gucke gleich mal Ich habe nämlich schon abgehakt Was wir schon geguckt haben Wait a minute Ich meine nämlich schon Äh Gegner Äh Okay IK Fucking piece of shit The Joker is not funny Äh Bisch Okay Dead Was hat ihn das ganze rumgehüpfen Und rumgebastelt gebracht Richtig nicht Nothing Nothing Genervt hat er es Jo Trotzdem he dead Ja genau Weil mit Joker gucke ich das momentan Disney Plus ist jetzt übrigens Auf dem Sky Receiver Also wir können irgendwann Weiter machen Oder nicht Ja wir haben Iron Man 3 Als letztes geguckt Ich habe noch ein Foto von mir Und Johnsy Moment Okay Warte 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 Thumbnail Ich bin dein größter Fan Das sieht so dumm aus Wie? Zu Fuß Klingt Voll ab Yeah Wait a minute Kann ich hier draus wenigstens Explosion shit bauen Nee No can do Fuck Explosions Explosions Das mit den Uhrzeit Waffen ist vorbei Könnte das sein Ja Nach 12.500 ist glaube ich vorbei Voll die ungerade Zahl Ja echt Hotel Thanks for opening Hallo Hallo Marcel Davies 2 und 2 Das ist ja auch nicht Darcel Mavis Darcel Mavis Das ist der alte Bobby Schrotzen Gun Okay warte 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 Dark Kingdom Adam ist doch jetzt noch nicht dran Oder Doch Tor 2 Kommt erst nach Iron Man 3 Das kann sein Ich guck gleich auf der Liste Olli Warte Ich hab Die chronologisch Kerekte Reihenfolge hier Nach der Runde guck ich Kerekte Hallo Ich guck jetzt Hm Na gut Also nach Thor kommt Avengers Dann Thor 2 Dann Iron Man 3 Es gibt verschiedene Liste Laut Disney Plus Ja Disney Plus ist nicht ganz richtig Also First Avenger Captain Marvel Iron Man Iron Man 2 Incredible Hulk Thor Marvels Avengers Iron Man 3 Dann kommt Dark Kingdom Return of the First Avenger Guardians 1 und 2 Avengers Age of Ultron Ant-Man First Avenger Civil War Black Panther Spider-Man Homecoming Doctor Strange Thor Tag der Entscheidung Ant-Man and the Wasp Avengers Infinity War Avengers Endgame Spider-Man and Spider-Man From Home Und wir haben gesehen Addis bis Iron Man Ja gut Wir haben erst ein Drittel Bis Iron Man 3 Haben wir erst ein Drittel Ja ich hab die richtige chronologische Liste echt geguckt Und ja schade Dann haben die Dann haben die Thor 2 und Iron Man 3 Vertauscht auf Disney Plus Und die Spider-Man Filme Haben sie nicht Sony die Rechte hat So ist es Muss ich dann auf Netflix gucken Der hat einfach im Auto gesessen Ty 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 Oh fuck Au 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 Was zum Arsch Awesome I liked that Ja also er musste auf Netflix vorgelegt Der hat es noch Wo ist er So Spiggy Spiggy Aha Na gut Den muss ich mir jetzt leider reinziehen Miau Falcon and the Winter Soldier ist lange nach Homecoming Also das ist nicht so Das ist das letzte auf der Liste von Disney Plus Äh Ja Genau Das kam ja auch jetzt erst Wo ich glaub Der ist bestimmt auch ziemlich cool Aber das ist das letzte In diesem Epsi und das stimmt Das nach Homecoming Aber irgendwann kommen wir auch dahin Weil das ist Ja man Tschüss Toll Jetzt hat er gebremst Gebärmst hat er Ups Gebärmt Dead Boss Christian Ich muss mich da hinsprengen Ich muss looten Ja Ja Loot Blamm Gib mir meine Granate wieder Wirklich Krieg's auch was dafür Oh nice Aber besser ist natürlich Wenn du auf diesem Sack bist Irgendwie Äh Stupid Ja das stimmt Das kommt auch noch Aber wir müssen erst mal da Gegen den Wald Gucken Hier ist ein Wildschwein Ich bin ein Wildschwein Stopp Ich muss die doch noch durch die Gegend sprengen Mit deiner Granate Deswegen hab ich sie eigentlich Achso Mach noch Lebens What Geil hast dich getroffen The fuck Dead worked out Ich glaub da oben ist einer Mami Oder Ich glaub das sind sogar zwei Wow Wow Im Haus Immer lang Oh da Okay That was sad Das lags Das ist nicht gut Ne Not so gut Ich hab's genau gesehen Ich hatte Hunger Lass mich Lol Was zum Arsch Unfucking glaublich Ne Häng voll in die Fresse Komm zieh's dir rein Häng Sneller Sneller Go Go So by the way Oh shit Wölfe No Werd verfolgt von Wölfen Ich Das ist ein Huhn Tötes Oh Da Das Huhn Tötes Okay Okay Boom Voll der Overkill Hühnchen Gut Okay Hühnchen Gut Hühnchen Tötes Tötes Hühnchen Hühnchen Tötes 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 Dereck. Okay, da ist irgendwo ein... Hm. Ist er da drinnen, oder wie? Sprennerfahrt ist ab. Jo. Feuer schön. Nice. Streffen sogar. Feuer schön. Sind wir schon wieder ins Medi. Sind wir oben? Fucking schluckus bisch. Schieß mal da rein. Schwer dir aber. Scheiße, da ist auch noch einer. Fuck. Ja. Ja. Schluksus. Fuck, fuck, fuck. Was bloß auf... Was zur Heilung? Ja. Ja. Ah, ja. So viel dazu. Hm. Ja, ja. Eine Runde noch. Jo. Nice. Ja, eine Runde geht noch. Lutsch, lutsch, lutsch. Warum gehört Deadpool eigentlich nicht zum MCU? Haha. Weil der in der Story keine Relevanz hat. Ja. Ja. X-Men generell nicht. Wirklich. Wohl. Ja. 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 Komm schon. Eine Runde noch. Schleudere dem Wildtiere. Okay. Du kannst auch so irgendwo landen. In der Story, ich will da mal durchführen. Hahahaha. 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 Echt jetzt. Ja. Hahahaha. Noice, das wird eine kurze Runde. Ja, ich schwasseln. Packen wir. Töten alle. Kiii. Wenn du das sagst. Ja, ich sag das. Hui. Dark Max Luxus in der House. Ich hab'n Bogen. Ich hab'n Bogen. Ich hab' gelandet. Und da ist mir direkt alles weginhalliert, ja. Achtung, nicht darunter gehen, dass wir Schildwachen. Gern. Ja, ha, ha, ha. Äh, gib mir zwei, da bin ich voll. Okay. Die Schildwache hat mich, glaube ich, gerade gesehen. Aber sie reagiert irgendwie nicht. Ich geh' jetzt da hinten raus. Tschüss. Trink, trink, trink. Oh no, 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 no. Okay, sie hat mich immer noch nicht gesehen. Über uns ist einer, über uns ist ein Gegner. Komm hin, hin rum, hin rum. Der Trotz Stress mit der Ding ist angefangen. Wo ist er? Ja, da drin, super, ich seh' nicht. Da ist auch noch ein Gegner. Mhm. Wo sehen? Den ist. Ich hab' nicht abgehauen. Ich hab' keine Materialien, ich hab' gar nichts. Ja, das hält sich doch mit büschenden Grenzen. Hattet ihr nicht so ein Ding dabei, so eine Kugel? Nope. Und wenn ist er wahrscheinlich fünf Kilometer runtergefallen? Hm, xz. Schon. Ich muss hier so ein Artefakt führen, ich weiß aber nicht, wo das ist. Yeah. Ich weiß nicht mehr. I don't know. Ich weiß nicht. Ich guckle jetzt. Na Gott. Ist das nicht diese blöde Kugel? Ich glaub nicht. Oh, Tresor. Come on, open. Open, open, open. Hier waren weniger Gegner als erwartet, muss ich jetzt grad mal so sagen. So einer. Ja. Deutlich weniger als erwartet. Ist das hier ein Artefakt? Da steht einfach nur Fragezeichen dran. Keine Ahnung was das ist. Ja, das Game weiß anscheinend auch nicht was das ist. Geh mal kommen, vielleicht ist es das ja. Ich glaube nicht, ich glaube das ist eine von diesen Dingern wo du die Kugel reinpacken kannst. Das weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Ne boah, aber wenn's Game standet weiß was es ist. Ja genau das da. Ja, ja. Geh. Vergeblich hier drin, ach da. Nice. Nice. Dann muss ich jetzt noch da und mit dem Typen reden. Tuepp. Einmal einen abseilen oder? Ja man. Okay. Fetzt dich nicht ganz die richtige Richtung der Wege an. Ja. Passt schon. Mami. Mami. Kommen wir dann über Spire, damit es eine schnelle Runde wird. Mami. 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 Ich bin ein Wildschwein. Da sind Gegners. Ohne Ende. Oh shit, reloading. Hallo, wie viel Schaden muss ich dem denn noch machen? Das geht. Okay, Assistenz X2. Awesome. Ah, da ist ein Wildschwein. Wo ist Rats? Rats? Für Zeit, wo gehen? Das ist Rats. Rats, I have come to bargain. Bam! In die Fresse. Ja, schon klar. Peng, vorne in die Fresse. Rats. Der hat ja einfach einen großen Schild dran gegeben. Der ist so cool. Fuck him. Gieß die, oh, 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 Gegner. What the fuck? Ob wir stupid sind, habe ich gefragt. Oh hey, ob ich stupid bin, habe ich gefragt. Ah, so knapp. Der hat kaum noch AP. Gib ihm. Ich würde dir gerne helfen, aber irgendwie bin ich stuck. Na, also. Doch eine kurze Runde. Well, well, well. Ja. Doch keine kurze Runde. Döp, dödö, dödö, dödö. Alles zugebaut. Ja, Penis, Gzischlerbe. Die kamen hier auch rein, die haben mich gar nicht gesehen. Ich habe da gehockt, ne? Ich habe da gehockt, ne? Deadass. Döp, döp. Für Fortnite. Such mal einen Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Die sind wahrscheinlich schon alle deadass shit, oder? Also nö. Ah, nee, nicht irgendwo. Marotzer, Hobbies. Ich glaube, ich habe einen Huhn gehört. Ich auch. Zählt das auch? Tiere, oder nicht? Steht da doch. Ja, ja. Da ist ein Huhn. Hallo, Huhn. Tschüss, Huhn. Yeah, got it. Das ist voll weggeflogen. Samen, Huhn. Wildschwein gejagt. EP. Boom. Aber in die Luft sprengen ist schon ein bisschen extrem, oder? Hey, nein. Nein, okay. Kissé. 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 Ah, da. Yeah. Ich guck meinen Challenges an. Du, 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 du. What's next? Ich soll annehmen. Jo, kann man mal machen. Was zum Arsch. Das sieht aber nicht aus wie angeln, was du da machst. Ich suche eine Angel. Wasser. Nur die Umrisse gesehen, wie du irgendwas verprügelt im Wasser. Das ist auch eine Art zu angeln. Ja. Döp, dödö, dödö, dödöp. Oh shit, das wird langsam eng zeitlich. Ich muss es beeilen. Okay. Wildschwein. Good time down. Yeah. Gehen wir jetzt Gegner suchen. Muss. Your mom joined the hunt. Wo sind die Gegners? Weiß ich nicht. Fuck. Wir sind 14. Ja, deswegen. Es geht. Ich habe eine Explosion gespürt. Geschüttelt hat es mich auch so. Schütt. Geschüttelt. Los, inhale, inhale. Faster. Gut, danach muss ich instant stream aufhören. Ohne scheiß. Come on. Go, go. Das ist ein Gegner. Nein, das ist ein Busch. Goddamit. Busch. Huhn. Nice. Hier kann man gerade ein Ball an. Was? Ja. Ein Ball. Ah ja, das hat's aber. Komm her, Huhn. Komm her, Huhn. Huhn. Frag ihr Huhn. Nein, da bin ich nicht. Alter, da oben sind gegen uns scheint. Mhm. Ah, die! Kappen, muss der andere Bob hin, der geht da grad hoch, Wart's aber, Wart für'n Bob. Bin dann, Skuldiner. Ah! Ah! Jo! Damn, damn! Egal, das war doch schon mal okay. Viel länger als die anderen, alles klar, zurück zur Lobby und ich bin raus. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.